Musik Mein Name ist Steven Jones, ich bin der Verlademeister beim Zirkus Roncalli. Wir stehen hier in Köln-Mülheim und verladen den Sonderzug in verschiedene Kategorien, schwer, leicht, doppelt, einzeln. Wir haben nur Lohren, die 5 Tonnen dürfen, wir haben aber auch Lohren, die zu 27 Tonnen dürfen. Und tragen natürlich dabei Elton-Schuhe, sodass wenn was passiert und was auf den Füßen fällt, dass wir abgesichert sind. Musik Hallo, ich bin der Oliver Schliske und ich arbeite hier beim Zirkus Roncalli auf dem Bahnhof, auf der Verladerampe. Und bin quasi das Auge vom Verlademeister, ich bin vorne an der Deichsel und gucke da, dass der Wagen richtig exakt gerade aufgeladen wird. Es ist ganz wichtig, dass wir hier vernünftige Arbeitsschuhe anhaben, weil wir halt mit vielen losen Metallteilen arbeiten, die ja natürlich auch auf die Füße fallen können. Und da ist es ganz wichtig, dass wir Schuhe haben, die bequem sind, sprich mit einer vernünftigen Sohle und natürlich eine Stahlkappe, damit man wirklich Unfälle jeglicher Art vermeiden kann. Und da sind wir mit L-Ton-Sicherheitsschuhen sehr gut bedient und haben einen guten Partner, glaube ich, an unserer Seite. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020